Mein Leben fühlt sich heute so erfüllt an, wie es sich noch nie zuvor angefühlt hat, weil ich einfach jetzt gross denke, weil ich mein volles Potenzial lebe und weil ich sehe, da ist immer noch mehr möglich, da gibt es noch so viel, was ich erreichen kann und mit der Hilfe von Christian Mugrauer werde ich das alles schaffen. Mein Name ist Corinne Häusler, ich bin Mentorin und Transformationscoach für Powerfrauen. Ich helfe diesen Frauen, in ihre volle Kraft zu kommen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Vor der Zusammenarbeit mit Christian habe ich seit 25 Jahren ein Coaching-Business betrieben im 1 zu 1 Bereich. Ich habe gemerkt, dass ich auf diesem Weg nicht weiterkomme, dass ich nur spärliche neue Kunden gewinne und dass mein Business einfach so auf diesem Level stehen bleibt. Meine grosse Motivation in der Zusammenarbeit auch mit Christian ist, mein Potenzial auszuschöpfen und jetzt endlich mein Leben zu leben und einfach in meiner voller Kraft zu sein und einen Mehrwert für mich und meine Klienten zu generieren. Das ist meine grosse Mission. Ich habe mich für eine Zusammenarbeit mit Christian entschieden, weil ich intuitiv gespürt habe, dass Christian der absolut richtige Mentor für mich ist und gleichzeitig war mir bewusst, dass ich einen nächsten Schritt, um mit mir selber das nächste Level erreichen zu können, niemals alleine schaffen werde. Ich brauche einen Mentor an meiner Seite, der meine Stärken sieht, der aber auch meine Schwächen sieht und mit mir gemeinsam auf den Weg geht, damit ich mein volles Potenzial leben kann. Ich konnte mit Christian bereits vieles umsetzen. Ich habe meinen Umsatz versechsfachen können, seit ich mit ihm zusammenarbeite und ich bin sicher, dass die Reise mit ihm jetzt erst begonnen hat. Ich bin mit Christian zusammen jetzt ein Buch am Schreiben und ich freue mich wahnsinnig auf dieses Projekt. Und für mich ist klar, dass die Reise mit Christian noch längst nicht beendet ist. Die VIP-Session mit Christian, die war phänomenal. Wirklich ein unvergessliches Erlebnis für mich, weil Christian mich so intuitiv und so klar und gezielt lesen konnte, sofort meine Schwachstellen getroffen hat und mich natürlich damit animiert hat und motiviert hat, diese zu beheben und in meine volle Grösse zu kommen. Wir haben neue Programme ausgearbeitet, wir haben Upsell-Programme ausgearbeitet, wir haben Struktur reingebracht, Konzept reingebracht. Es war absolute Bereicherung für mich persönlich und für mein Business. Die VIP-Session mit Christian ist ein unvergessliches Erlebnis. Ich schätze Christian Mugrauer als Mentor, weil er einfach so eine direkte Art hat, weil er mich so klar erfassen kann und weil er nicht locker lässt, er nimmt mich an der Hand und er führt mich an mein Ziel und er macht das mit so einer klaren und liebevollen und souveränen Art, genauso wie ich das brauche. Der Consulting Day ist ein besonderes Erlebnis, weil wir da in einer kleinen Gruppe sind. Der Rahmen ist sehr persönlich, es geht ganz viel um Mindset-Themen, wo stehen wir, wo haben wir noch Potenzial und wir arbeiten jeder für sich gezielt an den ganz persönlichen Themen, was steht uns noch im Weg, wie können wir uns verbessern, um einfach wirklich jetzt unser ganzes Potenzial auszuschöpfen. Der Consulting Day ist für mich eine unglaubliche Bereicherung gewesen. Durch die Zusammenarbeit mit Christian Mugrauer habe ich ein komplett neues Mindset bekommen. Ich habe angefangen, gross zu denken. Ich habe angefangen, in grossen Zahlen zu denken und ich habe Dinge erreichen können seit dieser Zeit, die ich früher für unvorstellbar hielt. Es hat mein gesamtes Bild über mich und was alles möglich ist, auch im Business-Bereich, komplett verändert. Ich bin als Person unheimlich gewachsen durch die Zusammenarbeit mit Christian. Mein Mindset hat sich so verändert. Ich habe angefangen, gross zu denken. Ich sehe heute überall Möglichkeiten. Ich sehe gar keine Hindernisse mehr, sondern überall Chancen. Und ich bin mir sicher, das ist alles erst der Anfang. Und diese Veränderung, diese persönliche Veränderung, hat mir ganz neue Kunden gebracht. Ich arbeite heute mit Menschen. Das war früher für mich undenkbar. Und das hat mein Leben insgesamt natürlich unglaublich bereichert. Auch dadurch, dass ich heute viel mehr Geld verdiene. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Es gibt mir gewisse Freiheiten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich konnte nach kurzer Zeit durch die Zusammenarbeit mit Christian Mugrauer meinen Umsatz versechsfachen. Mein bester Monatsumsatz war 37'800 Franken. Den konnte ich kurze Zeit nach dem BSD bereits erreichen. Und ja, ich bin motiviert und denke, da ist noch viel mehr möglich. Und natürlich, da liegt noch ganz viel Potenzial drin. Ich kann die Menschen nur motivieren, mit Christian und Yvonne und dem ganzen unglaublich tollen Team zusammenzuarbeiten, weil es für das ganze Leben so einen Mehrwert generiert. Nicht nur dein Business wird wachsen, auch du wirst persönlich wachsen. Du wirst dein volles Potenzial erkennen und ausschöpfen können und einfach in deine volle Kraft kommen und endlich die Mission leben, für die du auf dieser Welt bist. Ich würde Christian Mugrauer sofort weiterempfehlen. Und ich würde sofort wieder bei ihm ein Programm buchen. Es war der beste Entscheid, den ich für mich treffen konnte. Weil Christian ist für mich der Mentor schlechthin. Ich konnte mit ihm gemeinsam nach so kurzer Zeit so unglaublich tolle Ergebnisse erzielen. Ich kann die Zusammenarbeit mit Christian absolut empfehlen. Ich würde Christian Mugrauer weiterempfehlen, weil er einfach ein genialer Typ ist, der das Geschäft versteht, der dich als Mensch versteht, der dein Potenzial sieht, der deine Hindernisse sieht und der ganz genau weiss, wie man diese Hürden überwinden kann, sodass ein Erfolg unausweichlich ist. Ich möchte dich motivieren, jetzt ein Programm bei Christian zu buchen. Er bringt dich in deine volle Grösse, er bringt dich in deine volle Kraft, er hilft dir, dein volles Potenzial jetzt auszuschöpfen, damit du endlich die Aufgabe und die Mission leben kannst, für die du hier bist. Du kannst damit für dich und für die Menschen, denen du helfen möchtest, einen Mehrwert generieren. Und du wirst für dich persönlich Dimensionen erreichen, von denen du bisher nur geträumt hast. Wir sind ein weißer Tag, er ist ein werfen, das weiss jetzt, es ist wichtig, dass wir die einzige, die Möglichkeit, die Möglichkeit für die Uni, Vielen Dank.